Troja – Mythos und Wirklichkeit Nordwestliches Kleinasien, 1700 v. Chr. Händler aus vielen Teilen der Welt treffen sich an der Meerenge zwischen dem Ägäischen Meer und dem Marmara-Meer. Hier am Hellespont kreuzen sich zwei wichtige Handelsrouten. Zu Land die Nord-Süd-Verbindung zwischen der Arabischen Welt und Europa und zu Wasser der Weg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Kaufleute führen Gold aus Ägypten, feine Gewürze aus den arabischen Ländern, Zinn aus Zentralasien, Kupfer aus Zypern und wertvolle Schmiedearbeiten aus Mykene, der mächtigsten Stadt des frühen Griechenlands, mit sich. Umschlagplatz all dieser Waren ist Troja. Errichtet wurde Troja bereits um 3000 v. Chr. auf dem Hügel von Hisarlik. Damals entsteht eine kleine Siedlung, deren Stadtmauer aus unbehaunen Natursteinen errichtet wird. Innerhalb der Befestigungsanlage befinden sich langgezogene Wohnhäuser, die größtenteils nur aus einem einzigen Raum bestehen und aus Lehm- und Holzgeflechten erbaut wurden. Die Menschen, die hier wohnen, sprechen den in dieser Region üblichen Dialekt Luwisch. Diese Sprache ist mit dem Hittitischen verwandt, was den Trojanern ermöglicht, mit den Hittitern, der stärksten Macht in Kleinasien, zu kommunizieren. Die Trojaner sind geschickte Handwerker. Aus Ton und Stein stellen sie Gefäße her und entdecken frühzeitig die Vorteile der Metallverarbeitung. Werkzeuge und Waffen aus Kupfer und Bronze verschaffen ihnen gegenüber Angreifern einen entscheidenden Vorteil. Doch trotz der geografisch vorteilhaften Lage am Hellespont und der hervorragenden handwerklichen Fähigkeiten ihrer Bewohner findet der Aufstieg der prosperierenden Stadt ein jähes Ende. Eine Feuersbrunst vernichtet das frühe Troja und macht es innerhalb kürzester Zeit dem Erdboden gleich. Doch es sollte nicht lange dauern, bis der Hügel zu neuem Leben erwacht. Bereits 2500 v. Chr. steht Troja II, wie die Archäologen es später nennen werden, wieder in seiner vollen Blüte. Größer und mächtiger als ihre Vorgängerstadt erhebt sich die Zitadelle nun über der Meerhänge. Zusammen mit der Unterstadt umfasst das neu erbaute Troja eine Fläche von neun Hektar. Die Festung alleine nimmt ein Zehntel davon ein. Repräsentative, mehrräumige Häuser schmücken den Burghof. Sie dienen den Bewohnern als Kult- und Versammlungsstätten. Ein besonders großes Gebäude könnte darauf hinweisen, dass es zu dieser Zeit bereits einen Palast in Troja gegeben hat. Überliefert ist jedoch nichts dergleichen. Überhaupt scheinen die Trojaner keinen großen Wert darauf gelegt zu haben, danach weltschriftliche Zeugnisse ihrer Existenz zu hinterlassen. Keine einzige beschriftete Tontafel, keine Gebäude in Schrift, kein Siegel und keine Piktogramme geben Aufschluss über das Leben im kleinasiatischen Stadtstaat. Da die Küstenlinie in der Antike weiter im Landesinneren verläuft, verfügt Troja über einen direkten Zugang zum Meer. Durch die starke Strömung, die in der Meerenge zwischen Ägäis und Marmarameer herrscht, und durch den unerbittlichen Nordostwind in den Sommermonaten, ist diese Stelle für Schiffe oft wochenlang unpassierbar. Die Händler sind dann gezwungen, ihre Waren auf dem Landweg zu transportieren und müssen dazu in Troja ihr Schiff verlassen. Verständlich, dass ein Teil der Waren dann direkt in der Stadt umgeschlagen wird. Und so häuft sich im Lauf der Jahre ein beträchtlicher Reichtum an. Aus der Zeit von Troja II stammt wohl auch der großartige Schatz, den der deutsche Heinrich Schliemann Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und fälschlicherweise für den Schatz des Priamos, des legendären Königs von Troja, hält. Gold- und Silberbecher, Diademe, reich verziert mit Hunderten von Goldplättchen und Perlen auf dünnen Goldfäden, Ketten und Tausende von Ringen, Haarklammern, Ohrringe, Dolche, Lanzen und silberne Messer lassen nur erahnen, wozu die Kunstschmiede 2500 v. Chr. fähig sind. Doch trotz der Größe und des Reichtums ist auch dieses Troja nicht vor dem Untergang gefeit und geht, wie schon die Vorgängerstadt, in Flammen auf. In den kommenden 800 Jahren werden auf dem Hügel von Hisarlik drei neue Städte errichtet, die alle das gleiche Schicksal ereilt. Erst 1700 v. Chr. erlebt Troja eine neue Blütezeit. Prächtige Bauten, umgebend von einem gigantischen Schutzwall, zieren das Stadtbild. Der Hügel, auf dem Troja nun errichtet ist, ist höher als zu Beginn der Jahrtausende alten Stadtgeschichte. Der Schutt der Vorgängerstädte liegt unter den Grundmauern der neu errichteten Metropole und lässt diese noch weiter in die Höhe ragen. Von Weitem ist nun sichtbar, Troja ist uneinnehmbar, ganz so, wie es Homer in der Ilias beschreibt. Keine andere Burganlage in der Region kann auch nur im Entferntesten mit Troja konkurrieren. Keine feindlich gesinnten Truppen können die Stadt einnehmen. Die Schutzmauer, aus akribisch behauenen Kalksteinen mit einem Aufbau aus Lehmziegeln, ist bis zu 12 m hoch. Unten 5 m breit, läuft die Mauer nach oben hin schmal zu. Scharfkantige Steine bilden den Abschluss. Das Areal, das sie begrenzt, ist rund 6 ha groß. Den Hauptzugang zur Burg bildet das über 3 m breite Südtor, das von einem gewaltigen Turm flankiert wird. Eine Hauptstraße führt von hier aus zum Palast und zu verschiedenen Tempeln. Im nordöstlichen Turm der Burganlage befindet sich eine Zisterne, die tief in den Hügel hineingegraben ist und die Wasserversorgung der Burgbewohner auch im Krisenfall sicherstellt. Umgeben wird die Zitadelle von der Unterstadt, die mit 27 ha Fläche dreimal so groß ist wie Troja 2. Hier stehen große, mehrräumige Häuser, die aus Steinen und Lehmziegeln errichtet sind. Ungewöhnlich ist, dass auch die gesamte Unterstadt von einer Mauer und einem tiefen Graben geschützt wird. Die Menschen, die hier leben, betreiben Ackerbau und Viehzucht, um die Ernährung der Stadt sicherzustellen, Die beiden Flüsse Skamander und Simois im trojanischen Hinterland versorgen Menschen, Tiere und Landwirtschaft mit Trinkwasser und überziehen den kargen Boden bei jedem Hochwasser mit fruchtbarem Schlamm. Ein Novum ist zu dieser Zeit die Töpferscheibe. Wurden Tonwaren bis dahin mühsam von Hand geformt, können die Trojaner nun sehr viel einfacher und vor allem auch rationeller Keramikgefäße herstellen. Als Rohmaterial verwenden sie hierfür grauen Ton, der für die anatolische Küstenregion charakteristisch ist. An der Spitze des Stadtstaates steht ein König, der oberster Richter und Priester zugleich ist. Schon zu seinen Lebzeiten bestimmt er seinen Nachfolger und stellt so den Fortbestand der Monarchie sicher. Beamte und Krieger bilden den Hofstaat. Schriftstücke aus der hittitischen Stadt Hatusha belegen, dass zwischen Troja und dem Hittiterreich freundschaftliche Beziehungen gepflegt werden. In diesen Überlieferungen finden sich auch die Namen von drei trojanischen Herrschern. Kukuni, Aleksandu und Valmu, die von den Hittitern als Großkönige akzeptiert sind. Doch trotz der guten Kontakte zu ihrem übermächtigen Nachbarn schließt sich Troja mit anderen Kleinstaaten Westanatoliens zu einem lockeren Staatenbund zusammen. Ziel der sogenannten Arvaza-Allianz ist es, im Ernstfall gegen einen Übergriff von außen gewappnet zu sein. Es ist wohl um das Jahr 1300 v. Chr., als ein schweres Erdbeben die Region erschüttert. Unter ohrenbetäubendem Lärm stürzt alles, was die trojanische Kultur erschaffen hat, in sich zusammen. Die prächtigen Gebäude fallen um wie Kartenhäuser und auch die Stadtmauer kann den Erschütterungen nicht standhalten. Nur wenige Trojaner überleben diese Katastrophe. Doch anstatt sich der Naturgewalt zu beugen und in einer anderen Gegend sesshaft zu werden, beginnen sie, wie bereits die anderen Generationen vor ihnen, Troja an derselben Stelle erneut aufzubauen. Dieses Mal sind die Häuser kleiner, haben dickere Mauern und stehen viel enger gedrängt als in der Epoche zuvor. Von Prunk und Pracht kann nun keine Rede mehr sein. Wollen sich die Menschen so vor einem erneuten Erdbeben schützen? Haben sie den Eindruck, dass ihre Stadt auf diese Weise standfester ist? Wahrscheinlich, denn nur so lässt sich erklären, warum es ab jetzt in Troja keine zweigeschossigen Häuser mehr gibt. Stattdessen bauen die Menschen in die Tiefe. Fast jedes Haus verfügt über in den Fußboden eingelassene Vorratsbehälter, die mit Tonwänden ausgekleidet und von Steinen und Holzbalken bedeckt sind. Diese Gefäße können darauf hindeuten, dass erstmals eine ernstzunehmende Bedrohung durch feindliche Truppen besteht und die Trojaner in diesen Behältern Vorräte für Kriegszeiten einlagern. Betrachtet man die politische Situation um 1300 v. Chr., ist diese Annahme nicht unwahrscheinlich. Mehrere Großreiche und viele Stadtstaaten teilen den Mittelmeerraum und Kleinasien unter sich auf. Neben den Hethitern sind vor allem die Ägypter, die Babylonier und nicht zuletzt das mykänische Griechenland von großer Bedeutung. Troja als Stadtstaat, der zu keiner Zeit daran interessiert ist, sein Gebiet auszuweiten und seinen Einflussbereich durch Feldzüge zu vergrößern, versucht sich aus diesem Spiel der Mächte herauszuhalten. Doch vor allem die Griechen, die sich zu dieser Zeit bereits als Großmacht fühlen, liebäugeln mit dem strategisch günstig gelegenen Flecken Erde. Aber kommt es tatsächlich zum legendären Trojanischen Krieg, den Homer in der Ilias so eindrucksvoll beschreibt? Sind es wirklich griechische Truppen, die Troja zu Fall bringen und damit diese wichtige Stadt endgültig auslöschen? Aufschluss über den Untergang Trojas geben vor allem ägyptische Quellen. An der Wand des Totentempels von Ramses III. finden sich Inschriften, die vom Versuch einer Eroberung Ägyptens durch die Seevölker berichten und den gesamten Mittelmeerraum in Angst und Schrecken versetzen. Neben einer Völkerwanderung, die sich von den Ägäischen Inseln und vom Balkan her in Bewegung setzt, fällt in diese Zeit auch das letzte Aufbäumen der Mykener in Griechenland, bevor ihr Reich, wie das der Hethiter, in den Wirren der kriegerischen Auseinandersetzungen um 1200 v. Chr. zerfällt. So ist es nicht auszuschließen, dass im Krieg gegen Troja um 1250 v. Chr. auch griechische Angreifer beteiligt sind. Doch wie kommt Homer dann darauf, rund 500 Jahre nach der Zerstörung Trojas ein Epos zu schreiben, das die Griechen als siegreiche Übermacht darstellt? Und welche wahren Züge enthält die Ilias? Nun, die geografischen Angaben, die Homer macht, sind durchaus zutreffend. Und auch die Beschreibung der Architektur stimmt überraschend genau mit den Funden der Archäologen überein. Auch einige Namen, die Homer verwendet, scheinen auf reale Personen zu verweisen. So ist in hethitischen Texten immer wieder die Rede von einem König Priamos, der zwar nicht Troja, sondern einem Vasallenstaat der Hethiter zugeordnet wird, aber immerhin wirklich regiert haben soll. Auch die Erwähnung der Bundesgenossen, die Troja im Kampf gegen die mykänischen Griechen unterstützen, hat mit dem Asawa-Staatenbund einen wahren Kern. So scheinen sich Mythos und Wirklichkeit in der Ilias immer wieder zu vermischen. Betrachtet man die Lebensgeschichte von Homer, ist das nicht verwunderlich. Als der griechische Dichter im 8. Jahrhundert vor Christus in Smyrna, unweit von Troja, geboren wird, sind die Ruinen der einstigen Metropolen noch in der Ferne sichtbar. Auch die geografischen Begebenheiten der Region kennt Homer nur zu gut. Zusammen mit den mündlichen Überlieferungen, die über die Jahrhunderte hinweg von fahrenden Sängern weitergetragen wurden, bilden sie die Grundlage für sein Heldenepos, die Ilias. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass bei den Ausgrabungen, die mit Heinrich Schliemann Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nehmen und vor allem durch den Tübinger Professor Manfred Kaufmann fortgesetzt werden, immer wieder Übereinstimmungen mit der antiken Heldensage zutage treten. Spuren des trojanischen Pferdes jedoch, das ja einen großen Teil der Faszination des Troja-Epos ausmacht, wurden bisher nicht gefunden. Es ist wohl nur eine Metapher für eine besonders einfallsreiche Belagerungsstrategie oder bestenfalls ein Sinnbild für eine neue Waffe, die bei der Eroberung Trojas eine Rolle gespielt haben könnte. Als riesenhafte Holzfigur, die dem griechischen Heer das Eindringen in die trojanische Festung ermöglicht haben soll, gehört es eher ins Reich der Mythen und Sagen. Doch wenden wir unseren Blick nun nach Nordafrika. Riesige ägyptische Pyramiden, Hieroglyphen und überdimensional große Darstellungen von Pharaonen haben die Jahrtausende überdauert und ziehen die Menschen noch immer in ihren Bann. Beinahe in Vergessenheit geraten ist da hingegen Nubien, das geheimnisvolle Land am Nil, das sich im Laufe seiner Geschichte zeitweise über ganz Südägypten und einen Teil des heutigen Sudans erstreckt. Die erste groß angelegte Expedition, die sich diesem Land widmet, reist Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelms IV. nach Nordafrika. Was die Archäologen bei ihren Ausgrabungen zutage fördern, wirft ein völlig neues Licht auf das Gebiet im südlichen Niltal. Nur durch die umfangreichen und detaillierten Aufzeichnungen dieser Forscher ist es der Nachwelt möglich, einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, was sich im 2. Jahrtausend v. Chr. im Norden Afrikas abgespielt haben könnte. Troja – Mythos und Wirklichkeit Nordwestliches Kleinasien, 1700 v. Chr. Händler aus vielen Teilen der Welt treffen sich an der Meerenge zwischen dem Ägäischen Meer und dem Marmara-Meer. Hier am Hellespont kreuzen sich zwei wichtige Handelsrouten. Zu Land die Nord-Süd-Verbindung zwischen der arabischen Welt und Europa und zu Wasser der Weg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Kaufleute führen Gold aus Ägypten, feine Gewürze aus den arabischen Ländern, Zinn aus Zentralasien, Kupfer aus Zypern und wertvolle Schmiedearbeiten aus Mykene, der mächtigsten Stadt des frühen Griechenlands, mit sich. Umschlagplatz all dieser Waren ist Troja. Errichtet wurde Troja bereits um 3000 v. Chr. auf dem Hügel von Hisarlik. Damals entsteht eine kleine Siedlung, deren Stadtmauer aus unbehauenen Natursteinen errichtet wird. Innerhalb der Befestigungsanlage befinden sich langgezogene Wohnhäuser, die größtenteils nur aus einem einzigen Raum bestehen und aus Lehm- und Holzgeflechten erbaut wurden. Die Menschen, die hier wohnen, sprechen den in dieser Region üblichen Dialekt Luwisch. Diese Sprache ist mit dem Hittitischen verwandt, was den Trojanern ermöglicht, mit den Hittitern, der stärksten Macht in Kleinasien, zu kommunizieren. Die Trojaner sind geschickte Handwerker. Aus Ton und Stein stellen sie Gefäße her und entdecken frühzeitig die Vorteile der Metallverarbeitung. Werkzeuge und Waffen aus Kupfer und Bronze verschaffen ihnen gegenüber Angreifern einen entscheidenden Vorteil. Doch trotz der geografisch vorteilhaften Lage am Hellespont und der hervorragenden handwerklichen Fähigkeiten ihrer Bewohner findet der Aufstieg der prosperierenden Stadt ein jähes Ende. Eine Feuersbrunst vernichtet das frühe Troja und macht es innerhalb kürzester Zeit dem Erdboden gleich. Doch es sollte nicht lange dauern, bis der Hügel zu neuem Leben erwacht. Bereits 2500 v. Chr. steht Troja II, wie die Archäologen es später nennen werden, wieder in seiner vollen Blüte. Größer und mächtiger als ihre Vorgängerstadt erhebt sich die Zitadelle nun über der Meerhänge. Zusammen mit der Unterstadt umfasst das neu erbaute Troja eine Fläche von neun Hektar. Die Festung alleine nimmt ein Zehntel davon ein. Repräsentative, mehrräumige Häuser schmücken den Burghof. Sie dienen den Bewohnern als Kult- und Versammlungsstätten. Ein besonders großes Gebäude könnte darauf hinweisen, dass es zu dieser Zeit bereits einen Palast in Troja gegeben hat. Überliefert ist jedoch nichts dergleichen. Überhaupt scheinen die Trojaner keinen großen Wert darauf gelegt zu haben, danach weltschriftliche Zeugnisse ihrer Existenz zu hinterlassen. Keine einzige beschriftete Tontafel, keine Gebäude in Schrift, kein Siegel und keine Piktogramme geben Aufschluss über das Leben im kleinasiatischen Stadtstaat. Da die Küstenlinie in der Antike weiter im Landesinneren verläuft, verfügt Troja über einen direkten Zugang zum Meer. Durch die starke Strömung, die in der Meerenge zwischen Ägäis und Marmaramea herrscht, und durch den unerbittlichen Nordostwind in den Sommermonaten ist diese Stelle für Schiffe oft wochenlang unpassierbar. Die Händler sind dann gezwungen, ihre Waren auf dem Landweg zu transportieren und müssen dazu in Troja ihr Schiff verlassen. Verständlich, daß ein Teil der Waren dann direkt in der Stadt umgeschlagen wird. Und so häuft sich im Lauf der Jahre ein beträchtlicher Reichtum an. Aus der Zeit von Troja II stammt wohl auch der großartige Schatz, den der deutsche Heinrich Schliemann Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und fälschlicherweise für den Schatz des Priamos, des legendären Königs von Troja, hält. Gold- und Silberbecher, Diademe, reich verziert mit Hunderten von Goldplättchen und Perlen auf dünnen Goldfäden, Ketten und Tausende von Ringen, Haarklammern, Ohrringe, Dolche, Lanzen und silberne Messer lassen nur erahnen, wozu die Kunstschmiede 2500 v. Chr. fähig ist. Das über drei Meter breite Südtor, das von einem gewaltigen Turm flankiert wird. Eine Hauptstraße führt von hier aus zum Palast und zu verschiedenen Tempeln. Im nordöstlichen Turm der Burganlage befindet sich eine Zisterne, die tief in den Hügel hineingegraben ist und die Wasserversorgung der Burgbewohner auch im Krisenfall sicherstellt. Umgeben wird die Zitadelle von der Unterstadt, die mit 27 Hektar Fläche dreimal so groß ist wie Troja II. Hier stehen große, mehrräumige Häuser, die aus Steinen und Lehmziegeln errichtet sind. Ungewöhnlich ist, dass auch die gesamte Unterstadt von einer Mauer und einem tiefen Graben geschützt wird. Die Menschen, die hier leben, betreiben Ackerbau und Viehzucht, um die Ernährung der Stadt sicherzustellen. Die beiden Flüsse Skamander und Simois im trojanischen Hinterland versorgen Menschen, Tiere und Landwirtschaft mit Trinkwasser und überziehen den kargen Boden bei jedem Hochwasser mit fruchtbarem Schlamm. Ein Novum ist zu dieser Zeit die Töpferscheibe. Wurden Tonwaren bis dahin mühsam von Hand geformt, können die Trojaner nun sehr viel einfacher und vor allem auch rationeller Keramikgefäße herstellen. Als Rohmaterial verwenden sie hierfür grauen Ton, der für die anatolische Küstenregion charakteristisch ist. Doch trotz der Größe und des Reichtums ist auch dieses Troja nicht vor dem Untergang gefeit und geht, wie schon die Vorgängerstadt, in Flammen auf. In den kommenden 800 Jahren werden auf dem Hügel von Hisarlik drei neue Städte errichtet, die alle das gleiche Schicksal ereilt. Erst 1700 v. Chr. erlebt Troja eine neue Blütezeit. Prächtige Bauten, umgebend von einem gigantischen Schutzwall, zieren das Stadtbild. Der Hügel, auf dem Troja nun errichtet ist, ist höher als zu Beginn der Jahrtausende alten Stadtgeschichte. Der Schutt der Vorgängerstädte liegt unter den Grundmauern der neu errichteten Metropole und lässt diese noch weiter in die Höhe ragen. Von Weitem ist nun sichtbar, Troja ist uneinnehmbar, ganz so, wie es Homer in der Ilias beschreibt. Keine andere Burganlage in der Region kann auch nur im Entferntesten mit Troja konkurrieren. Keine feindlich gesinnten Truppen können die Stadt einnehmen. Die Schutzmauer, aus akribisch behauenen Kalksteinen mit einem Aufbau aus Lehmziegeln, ist bis zu zwölf Meter hoch. Unten fünf Meter breit läuft die Mauer nach oben hin schmal zu. Scharfkantige Steine bilden den Abschluss. Das Areal, das sie begrenzt, ist rund sechs Hektar groß. Den Hauptzugang zur Burg bildet.